Es ist 5 Uhr. Hier sind die Ö3-Nachrichten. Im Studio Daniel Teissler. Und jetzt zum Wetter und zu Siegefink. Heute ist alles dabei. Zunächst überall Regen, etwas Schneefall und sogar Eiskörner. Dabei kann es ein bisschen tiefe Lagen schneiden. Es ist gut. Kurz auf 5 Uhr ist der Ö3-Wecker. Jetzt mit dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs. Eine Info für Salzportenela. Auf der A1 der Westautobahn Richtung München zwischen Klesheim und Sitzenheim ist nach einem Unfall nur der rechte Fahrstreifen frei. Sie können aber langsam vorbeifahren. Die folgende Sendung enthält Produktplatzierungen. Und jetzt einmal an den Kaffee. Können wir sagen. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Ö3-Wecker mit Hansa und dem Wecker-Team. Guten Morgen. Guten Morgen im AdWand. Der Florian spricht uns allen wirklich aus der Seele. Seit drei Jahren habe ich gehört, dass ihr kommt. Und es war leider zwei Jahre nichts. Und seit vielen Jahren habe ich immer gehofft, dass Bregenz drankommt. Du hast uns quasi schon immer gehört, aber halt jetzt nicht live gesehen. Genau. Und immer angerufen, mir was gewünscht und was gespendet. Und jetzt freue ich mich extrem auf Heuer. Danke dafür einmal, Florian. Und die Wahrheit ist die, du musst nicht mehr drei Jahre warten. Nein. Es sind drei Tage. Musik und Spaß und auch die Stars haben wir im Gepäck. Das wird die Party des Jahres. Wenn man ins Auto einsteigt, dreht man automatisch das Radio auf, oder? Automatisch Ö3. Ich mag den Kratzki nämlich so gern. Sein Schmäh ist halt einfach lauernd. Der Ö3-Wecker. Das Original. Seit 1968. Die EU-Staaten beschließen am Abend in Brüssel ein neuntes Sanktionspaket gegen Russland. Mit drei Schlagzeilen. Es ist 5.31 Uhr. Die Jonas Brothers haben wir gleich auch mit. Leave before you love me. Oder auch Soul Asylum Runaway Trade. Ö3 to go. Neuigkeiten nice to know. Vorher noch Donald Trump hat am Mittwoch etwas Zitat Großes angekündigt. Es sind Sammelkarten. Ö3 to go. Neuigkeiten nice to know. Ö3. Ö3. Deine Frau Becker. Du bist in Österreich. Ö3. So? Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Schreibe. Danke. Oder so? Yeah. Oder so? Wohl genial. Danke. Gewalt dich. Danke, danke. Genau so könnten Sie sich auch freuen. Das große Ö3 Christmas Shopping. Kaufen Sie in Österreich für Weihnachten ein. Schicken Sie uns Ihre Rechnungen und gewinnen Sie. Ja, gut. Freut mich. Das große Ö3 Christmas Shopping. Mit der Wirtschaftskammer Österreich. Und Sie werden lachen, das Gras ist noch grüner. 36,03 Euro und 3 Cent. Also entweder hast du für ein ganzes Tierleben vorgesorgt oder vielleicht hast du eine Hundezucht. Weihnachtsbandanas und Kekse für Hunde. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wow. Wir werden es herausfinden. Bettina Graf, ruf uns an. Ja, wir haben viele Fragen. Und wir haben noch eine Rechnung. Und zwar von der Manuela Püringer aus St. Marine Mürztal. Sie hat zweimal einen Star Wars Kopf von Lego um 223 Euro gekauft. Bei Interspar in Kapfenberg. Das sind sehr kreative Geschenke, um Gottes Willen. Ich überdenke gerade meinen Plan für Weihnachten. Also Manuela Püringer, St. Marine Mürztal und Bediener Graf aus Wien. 3.03 Uhr jetzt Zeit. 0800 600 600. Es ist 18 nach 7. Das ist der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Nimm das Leben nicht zuerst, es wird schon. So happy halt. Guten Start für den Tag Österreich. Der Ö3 Wecker. Gemeinsam happy aufstehen. So happy halt. Das Original seit 1968. Pink jetzt und dann gleich hinten drauf. Taylor Swift mit ihrer neuen Antihero. Morgen. Morgen. Der Ö3 Wecker. Der Ö3 Wecker. Guten Tag. Guten Tag. Du bist immer reich. Freaky Friday Christmas Hits. Heute nur die schrägsten, lustigsten und lässigsten Weihnachtssongs. Das wird gut. Das wird sehr gut. Guten Morgen, Benni. Guten Morgen. Guten Morgen. Servus. Grüß euch. Das ist der Andi aus Linz. Und als Weihnachtssong wünsche ich mir jetzt die Dropkick Murphys, bitte. Damit gleich ein bisschen was los ist, oder? Genau, damit es richtig los geht in der Früh, damit alle wach werden und in Weihnachtsstimmung kommen. The Seasons Apanas. Ist das Lied? Auch für die Weihnachtsfeiern geeignet. Total. Happy Aufstehen. Es ist Freaky Friday. Dropkick Murphys. Morgen. All I want for Friday is Freaky. Heute die schrägsten Weihnachtshits aller Zeiten. Ja, wir hoffen auch, es geht euch gut. 18 nach 8. Schönen guten Morgen. 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 Hau, hau. Hit my own. Hau. Philipp Hansa, wenn ihr hört Magel. Und eine Stunde lang die freakysten Christmas-Hits aller Zeiten. Jetzt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, da ist der Stefan aus Volzberg. Ich grüße die drei Gemeinde und alle, die jetzt zuhören. Und ich wünsche mir Rock Christmas und zwar von ACDC. Hallo. Mistress for Christmas. Du hast eine Freude, oder? Ja, sicher. Happy Aufstehen, oder? Jawohl. Und go.